Ich bin der Wilhelm Markus, ich bin 22 Jahre alt, fahre für die Rollkarte im Cycling-Team und das ist meine erste WM bei der Elite heuer. Der Kurs ist auf alle Fälle extrem hart, also es gibt fast keine Stellen, wo man sich da regenerieren kann oder einfach ein bisschen erholen, weil es immer rauf und runter geht. So gefällt mir der Kurs schon ziemlich gut, weil sollte man schon gut entgegenkommen, aber natürlich mit der Elite-Klasse mitfahren wird brutal hart und sicher eine ganz eigene Erfahrung. Zum Radsport bin ich eigentlich durch meinen Vater gekommen, der hat immer schon Amateurradrennen bestritten und im Training und so habe ich ihn dann immer wieder begleitet und durch das bin ich dann immer mehr in das eine gewachsen. Und mit 14 bin ich dann zum RZ Tirol gekommen und seitdem hat sich das immer weiterentwickelt und das taugt mir nach wie vor alles. Also meine schönste WM finde ich war 2015 in Richmond, also das war schon mal eine tolle Erfahrung da nach Amerika und die Stimmung und alles, das war halt wirklich mega. Und natürlich Jogscha letztes Jahr, da bleibt eher der Regen gut in Erinnerung, also da hat sich wirklich geschüttet, als wir aus Kübeln und das war wieder ganz eigene Stimmung. Also als mein größter Erfolg, würde ich sagen, war 2018 beim Baby-Giro der Sieg auf der Etappe nach Sestula, wo ich auch das pinke Trikot holen konnte. Und der dritte Platz bei der EM würde ich auch sagen, ist mit dabei, war meine größten Erfolge.